Wasa Leute, hier ist wieder Drag Linus mit Let's Replay Narotoshi Pudden Ultimate Ninja Storm 2. In diesem Part werden wir erstmal mit der Hauptstory weitermachen. Endlich! Also seid gespannt, was wir hier erleben werden. Das war's für heute. Es ist schlecht, aber Sakura bleibt hier. Was ist das, was ich? Ich will auch, was ich? Das ist das, was ich. Aber das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Das ist nicht so, was ich. Na, du gehst auf einen Lacken. Schau mal auf einen Lacken. Schau mal. Das ist das, was ich. Nun gut, also, besuchen wir jetzt Tobis Nudelladen. Jibbi, ich freu mich schon, ich freu mich schon, ich freu mich schon, ich freu mich schon. Jibbi, jibbi. Wir werden dort auch noch einen Charakter aus dem normalen Naruto sehen. Deswegen geht das jetzt auch. Ich habe mich schon in der Luft. Ich habe mich schon in der Luft. Oh? Oh. Oh, ist es ein Charakter? Hey, 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 das ist Naruto. Ich habe mich schon wieder. Ich habe es schon ein Charakter. Du bist ein Charakter. Das ist es, ich bin ein Charakter. Es ist ein Wettbewerb. Es ist sehr schön, der Wurzumaki Naruto. Ich habe noch mal eine Ausbildung. Ich habe noch nicht gewusst, dass du so gut bist. Was hast du damit gemacht? Vielleicht ist es ein Dates? Was ist das, was du? Ich schaue mich nicht, aber warum wir das so? Ich bin nur mit dem nächsten Mal in Konoha gekommen. Ein Mal in Konoha? Ach so, ein Mal in Konoha. Nein, das ist gut, aber... Wie ist das denn, Konoha? Hä? Warum? Warum? Ich habe nur ein Ausführer. Ich habe nur einen Ausführer. Hä? Also, dann, dass ich Sakuura und Jungs und Hirata sind? Ich habe auch einen Ausführer. Ich habe auch einen Ausführer. Ich habe auch einen Ausführer. Ich habe mich nur ein Ausführer. Ich habe es lacht. Ich habe es auch schon gesehen. Ich habe es schon gesehen. Ich habe es schon gesehen. Oh, ich bin der Silberka. Ich habe es auch schon gesehen. Ich habe es seit drei Jahren gelesen. Du hast es schon gesehen. Ich habe es schon gesehen. Der Silberka-Sensei hat sich nicht verändert. Ich bin absolut in Ordnung. Ich bin sicher. Ich habe keine Ahnung, das ist ja so. Ich habe alle, dass ich nur noch mal in der Zwischenzeit. Also, ich bin einfach. Ich werde das Wort einfach mal kurz aufhören. Ja? Ich habe das mit der Zügel-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan. Ich werde heute nur auf den Zügel-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan. Ich konnteeisen unter Zügel-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan. Also, ich möchte aber auch wieder fahren. Es sei mir, wenn sie das mal anfangen sind, dann weiter in Zügel im Kleines-Fan-Fan. Ich habe eine Läge-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan. Oh ja, das war mit der Zügel-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan. Totalzlich willkommen! Bis zum nächsten Mal. Die Rettung des Kazekage. Ja, das stimmt. Oh, das hat die Hülle zu spüren. Ich würde nicht mehr gehen. Ich würde nicht mehr gehen. Gehen wir uns mal an. Ja! Das stimmt nicht, Shikamaru. He-Mari. Wiedersehen. Klatsch, 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 kommt alle rein, kommt in den Laden, los, klatsch, 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 dass wir das ganze Let's Play überton. Blüden, nee, ramen, ramen. Ich bin einfach hungern. Ich muss jetzt in jeder Sequenz was sagen. Oh, da ist es gekommen. Es ist schnell, schnell, wir essen einen Ramen. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Haha, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Hm, ich habe es geschafft, du bist. Alle sind die Sekunden, ich bin nur ein Schuhlund. Hey, hey, ich bin auch ein Schuhlund, ich bin auch ein Schuhlund. Ich habe dich in diesem Jiraiya-Sama gewusst. Achso. Aber es ist nicht das Hade, wenn du es nicht mehr beherrschlauchst. Er war eine Verwärterung mit der Fülle und der Fülle. Ich muss mich nicht mehr überhören, dass du es nicht mehr so wettbewerb anst. Aber wegen dieser sehr großartigen Anwälte war es sehr stark. Ja, das ist vielleicht eher als Iluca-Sensei. Das war's für ein bisschen, was ich. Was sagst du? Ich kann mich noch nicht verletzen. Nihihi... Ich kann mich noch mal mit dem Hirka und den Schweren... Ah... Was ist das? Sollte ich mich immer beinigetragen... Ich weiß, dass die Säkula-Säkula-Säkula sich als Juni in die Verkaufs sind, aber ich weiß, was sie? Was hat das Gara-Säkula? Was ist das? Ah, ah, das ist... Was ist das? Das ist nur ein Wettbewerb, sondern ein Wettbewerb? Nein, das ist ein bisschen ein Wettbewerb. Wettbewerb? Ich denke, es ist ein Wettbewerb. Daher kommt es um Wettbewerb. Ich sage, es ist ja, es ist ein Wettbewerb. Es ist gut. Es ist gut, wenn es ein Wettbewerb ist. Ich schauze ihn. Es ist ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb ist, was ich. Es ist ja, dass ich mich jetzt nicht so machen kann. Was ist das, was diese Art und Art und Art? Ich werde nicht warten. Das ist ein Fähnungsgericht. Das ist ein Fähnungsgericht. Das war's für heute, was ich? Das war's für heute. Wir sind schon überlässig, was wir an der Zeit gekommen sind. Wir sind hier beim Angriff, der Sie zu beendet haben. Was ist das, was Sie? Was ist das, was Sie? Wir sind nicht so, wie wir die Angriff der Angriffen der Erwärmung haben. Ich bin der Zeit, du bist der Zeit, oder? Der Geheimnis ist ein Fehler, oder? Aber ich habe die Arbeit für dich zu suchen. Okay, dann können wir uns wieder wegziehen. Ja, ich werde diese Stadt retten. Und somit sind wir auch schon im nächsten Bosskampf. Ich bin bereit. Diesmal ein Bosskampf am Anfang eines Kapitels. Sabaku no Gaara gegen Akatsuki no Dedara. Ach, und Dedara ist mein Lieblingscharakter. Im ganzen Naruto möchte ich nur nochmal so sagen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn sehe. Wenn ich ihn kämpfen sehe, wenn ich ihn reden sehe. Und alles. Das ist halt mein Lieblingscharakter. Kennt man ja. Also dann. Ich muss ihn jetzt aber leider verprügeln. Ultimativisierter und Erwachen nicht einsetzbar. Gegner immun gegen alle negativen Status-Effekte. Das ist ja wie bei Kakashi. Also. Auf jeden Fall. Los geht's. So, wie war das nochmal? Ich muss ihn auf jeden Fall explodieren lassen, damit er auf dem Boden der Tatsachen zurückkommt. Nämlich die Tatsache, dass Gaara nicht gerade ein schwacher Gegner ist. Er ist der Kazekage immerhin. So. Wie ging das nochmal? Ich sehe mich jetzt gar nicht. Ich werde hier selbst vom Mikro gerade total verdeckt. So. Nicht so gut. Aber es geht. Wir machen auf jeden Fall meinen Entwurf. Ultimatives Jutsu und Erwachen nicht einsetzbar. Hätte klappen können. Und weiter schön mit Fernkampfattacken beschießen. Immerhin macht er genau dasselbe. Wups. Und zu ihm hin. Bash, 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 bash. Und kapau. Ja, nicht schlecht, was? Ja, das wird wirklich übel sein. Allerdings nicht für Gaara. Wups. Na gut, mit meiner Führung vielleicht doch. Macht nichts. Ich muss die eigentlich einfach nur abwehren. Dann wär's das mit dieser Attacke. Ich hab aber hier noch was für dich. Guck mal. Na. Hat ja klappen können. Mhm. Jetzt seh ich ihn. Wir werden ja noch sehen, wie das Ganze ausgeht. Na, das war sogar mehr absichtlich. Okay. Und wieder ein bisschen Schaden. Ich kann allerdings nicht viel gegen ihn machen, so. Na, natürlich stimmt er jetzt auf mich los. Wie auch immer das kleine Kürbelchen jetzt hier in der Hand hat. In seinem normalen Kampstier hat er das nicht. Ein bisschen Rahmen. Na los. Hätte ja klappen können. Hätte ja. Vielen Dank. Ja, es wird noch viel Stück knapper. Wie war das hier nochmal mit der Steuerung? Ach genau, Gara gegen Dederer. Befindet sich sein Ziel immer innerhalb des Rings. Kannst du es anvisieren? Drücke Kreis und... Oder Viereck, um anzugreifen. Ach genau, mit Dreieck oder Kreis... Mit Dreieck und Kreis kannst du... Benutzt du eine mächtige Sanddusche. Ach genau, so war das. Bewege die Sicht. Okay. Okay, eine mächtige Sanddusche. So. Das Ganze ist ein bisschen anders als es im Anime war oder so. Mächtige Sanddusche. Ich war früher besser im Zielen bei diesem Kampf, das muss ich schon sagen. Man kann aber auch insgesamt... Ähm... Wir müssen ihn erstmal jetzt... Festhalten, komm schon! Und bombardieren. Was wollte ich eben sagen? Ich hab schon vergessen, was ich sagen wollte. Ach Mist, jetzt hat er Explosionssäulen erschaffen. So, erstmal auch seine Geschosse aus der Gefecht setzen, sonst verlieren wir gleich. Das kann auch ganz leicht passieren. Eigentlich nicht, dieser Kampf ist irre leicht. Ist ja auch einer der Ersten. Ist aber schon eine interessante Weise, wie sie es umgesetzt haben. Ja, das war's. Oh, das ist doch so geil. Das ist so großartig! Ich will auch sein, wenn ich jemanden will. Ich will nicht nur ein Stadion, sondern ein Stadion, sondern ein Stadion. Das war's für mich. Das ist eine große Herausforderung für mich. Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Damit haben wir das geschafft. 7000 Euro und 2000 SP. Plus zwei Ninja-Zeichen warten auf uns. Die Bewertung mit 100 Leben. Natürlich S-Rang. Die Bewertung mit 100 Leben. 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 Die Bewertung mit 100 Leben.